Herzlich Willkommen Freunde zu diesem kurzen FIFA 17 Video und heute möchte ich euch einfach nur zeigen, wie ihr ein 20k Set für nur 6000 Münzen bekommen könnt. Und zwar geht ihr bei den Top Partien unter Kroatien, Ukraine und dann seht ihr auch schon Premium Electrum Spieler Set. Das ist einfach ein Pack, das gab es beim St. Patrick's Day. Das gab es beim St. Patrick's Day und anscheinend kann man das hier auch nochmal bekommen. Und da habe ich eben auch schon die Lösung für euch am Start. Ich habe sehr sehr viele Erstbesitzer am Start, aber ihr müsstet das Ganze trotzdem lösen können, ohne irgendwie jetzt Loyalität zu haben. Also ich habe da wirklich drauf geachtet. Man braucht nämlich für diese Squad Building Challenge auch nur eine 85er Chemie und von dem her ist das mit der Loyalität auf jeden Fall kein Problem. Und ich habe die Non-Rash Spieler einfach die meisten mit 400 gerechnet, aber den Vasquez zum Beispiel, den habe ich dann mit 1000 gerechnet. Also das ganze Team kostet so circa 6000 Coins und dann senden wir das Ganze direkt einfach mal ab und dann schauen wir rein, was sich in diesem Pack dann verbergen wird. So, also das ist so ein 20k Set. Es enthält 12 Spieler, davon sind 6 Gold, 6 Silber und 3 davon sind selten. Ich habe vorhin übrigens in meinen Weekend League Belohnungen einen Man of the Match, einen Silberman of the Match gezogen mit richtig genialen Werten. Der hat glaube ich 87 Tempo und 78 Shooting, aber ich habe das Ganze nicht aufgenommen, aber ich wollte euch einfach nur mal sagen. Ich würde sagen, ich blende das einfach währenddessen jetzt mal ein. Und ja Freunde, dann öffnen wir jetzt auch direkt hier das Premium Electrum Spieler Set. Wir drücken drauf, vielleicht befindet sich ja hier irgendeine coole Karte drinnen und es ist leider kein 84 Flurspieler und noch leider keine Special Card. Das ist nur irgendein Stürmer vom AC Milan. Das ist La Padula, kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Und Kocha, der sieht aber richtig, richtig heftig aus. Jungs, kennt ihr den? Ich glaube, der wurde transferiert, oder? 83 Tempo, 72 Shooting und 4 Sterne Skills, aber 1,89 groß. Alter, den behalte ich ganz sicher im Verein. Und Jungs, ich kann euch nur raten, diese ganzen Spieler nicht zu verkaufen, sondern halt auf die SPCs anzupassen. Das heißt, wenn neue Squad Billing Challenges rauskommen, dann schau dir einfach in euren Verein nach, okay, sind da irgendwelche Spieler was wert? Und ja, hier zum Beispiel, der ist wahrscheinlich ein bisschen was wert, so 500 Coins, weil er halt einfach Ukrainer ist und weil da eben auch gerade eine Squad Billing Challenge dazu draußen ist. Der hier wird, glaube ich, nicht ganz so viel wert sein, also der wird eigentlich fast gar nichts wert sein, aber ein bisschen ist er was wert, also so circa 300, 400 Coins. Also das seht ihr schon, da kann man auf jeden Fall mit ein bisschen Glück ein paar Coins draus machen. Ja, Freunde, das war es schon wieder mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, falls ihr öfter sowas haben wollt, lasst den Daumen nach oben da. Checkt die Videobeschreibung ab für günstige FIFA 17 Coins. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars!